Du bist ja in einem Beruf tätig, der ja wahnsinnig praktisch ist. Da braucht es ja die praktische Erfahrung auch. Und seit Corona machen wir ganz viel, natürlich auch online auf allen Gebieten. Wie gut kann man das lösen? Ich denke, das Wichtigste, was ich jetzt auch lernen durfte in den letzten Jahren hinsichtlich eben dem Push, was Online Education anbelangt, ist die Tatsache, dass man nicht das, was man vorher live gemacht hat, versucht online zu kopieren, sondern das geht auch da in diese personalisierte Education, dass man dort wirklich eine massgeschneiderte Lösung für die verschiedenen Indikationsgruppen findet. Und die EO hat jetzt da ein Instrument gefunden, das scheinbar relativ erfolgreich ist. Wir nennen das das First Certificate, also eine Analogie zu Sprachkursen, die du machst. Und dann muss es natürlich eben eine Pyramide geben in dem Sinn. Und natürlich je praktischer das wird, umso anspruchvoller wird es. Umso teurer wird es natürlich auch von der Education her. Und umso komplexer werden natürlich dann die Anforderungen. Ist das das Zukunftsmodell, wie du es auch etwas siehst, in puncto Aus- und Weiterbildung, dass da ein Grossteil ins Online verlagert wird, aber dass das Analoge natürlich auch noch stattfinden wird? Also diese Kombination, auf die setzt du? Das ist genau das, was wir denken, ist heute das effizientere Lernen. Also die ganze Gruppe besucht vorher Online-Kurse, spezifische Vorlesungen als Vorbereitung für den Kurs. Das heisst, du kriegst dann eine Gruppe, die natürlich viel besser, indem sie synchronisiert sind. Sonst hast du eine Gruppe, der eine hat fast keine Ahnung, der andere ist ein Superstar in diesem Bereich und die können natürlich auch unterschiedlich profitieren. Jetzt bringst du die vom Know-how her auf viel mehr auf ein ähnliches Niveau. Und dann ist der Live-Kurs, der ist dann sehr praktisch orientiert. Das, was du auch wieder sagst. Weil dann müssen natürlich dann die Vorteile des physischen Zusammenseinens. Es macht dann keinen Sinn, dass wir dort Frontalvorlesungen machen. Sondern es sind wahnsinnig viele praktische Übungen. Wir machen dort Live-Operationen, dass dann wirklich dieser Aspekt dort drin ist. Und nachher gibt es in dem Sinne ein Modell, wo man sie weiter betreut bei klinischen Fällen. Das heisst, du gehst von diesem Textbook-Knowledge, was man online bieten kann, zu diesem praktischen Knowledge. Und nachher geht es in das Applied-Knowledge. Das heisst, ich muss jetzt dann das irgendwie umsetzen. Weil nur dann macht es Sinn, dass ich schlussendlich die Patientinnen und Patienten davon profitieren kann. Und das machen wir auch mit ihnen. Das heisst, wir besprechen dann mit ihnen Fälle in ihrer Praxis, basierend auf das, was sie gelernt haben. Und das ist im Moment ein Top-Beispiel, wie moderne Weiter- und Vorbildungen organisiert sein sollte.